Der Chiemsee gehört zum bayerischen Voralpengebiet wie Hausgeräte zu Traunreuth. Mehr als sechs Jahrzehnte produziert die BSH Hausgeräte GmbH in Traunreuth vor allem Herde und entwickelt Innovationen für den internationalen Markt. Innovationen haben eine lange Tradition in Traunreuth, zum Beispiel der erste Einbauherd, das Kochfeld mit Kochsensorik oder die ersten Einbaubacköfen mit integrierter Mikrowellentechnik Backsensor und Home-Connect-Funktion. Das BSH Entwicklerteam arbeitet unentwegt an neuen technischen Lösungen. Die Herdefabrik ist der größte BSH-Standort im Bereich Kochen. Rund 3000 Mitarbeiter, davon jährlich um die 80 Auszubildende, fertigen mehr als zwei Millionen Geräte pro Jahr. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region setzt die BSH hohe Maßstäbe, sei es mit modernster Produktionstechnik, ergonomischen Arbeitsplätzen oder zahlreichen Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Die Entwicklung von Herden und Kochfeldern setzt nochmal eins obendrauf. Im Muldenlabor oder im Herdelabor. Die einzelnen Abteilungen der Produktentwicklung sorgen für optimale Funktion und Sicherheit der Geräte. Spezieller Performance-Tests bedient sich auch die hiesige Anwendungstechnik. Die Geräte werden mit standardisierten Rezepten auf den Prüfstand gestellt. Schließlich soll jedes Produkt zum besten Back- und Kochergebnis führen. Wo es Kuchen gibt, darf der Kaffee nicht fehlen. Im Kompetenzzentrum für kleine Hausgeräte beschäftigt sich der Standort unter anderem mit der Entwicklung von Kaffeevollautomaten. Hier entstehen die Rundum-Sorglos-Lösungen für einen wahren Kaffeegenuss. Die Freude soll lange wehren, daher wird hier auf umfassendes Qualitätsmanagement Wert gelegt. In dem beispielsweise im Dauertest die Dämpfung beim Öffnen und Schließen der Herdtüren getestet wird. Ein Garant für ein langes, effizientes Leben. Qualität und Nachhaltigkeit in der Entwicklung, Fertigung und Logistik. Nach dieser Devise verlegt das Werk bereits heute viele Transporte von der Straße auf die Schiene und spart dabei jedes Jahr rund 1000 LKW-Fahrten. 20 Jumbo-LKWs und 8 Zugwaggons an Hausgeräten verlassen hier pro Tag die Logistik. Ein innovativer und sparsamer Umgang mit Energie und Ressourcen. Auf ganzheitliche Weise sichert sich die BSH in Traunreuth Spitzenqualität auf ganzer Linie. Heute und in Zukunft.